Der Alte lässt fallen. Redischer Soldat, ich glaub das könnte interessant sein. Ach, verdammt, ist das Spiel. Boston ist eine lebhafte Stadt. Ah, Boston. Es gibt alles mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingeöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr jetzt tun. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Okay, und wie geht's weiter? Ah, gemischt. Also, aus dem Wort gemischt warenladen. Dann schließe ich, dass es nun keine spezifischen Läden für Schmierer und Schmierer gibt. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr ungenau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Wow. Adam Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich, ich will euch nicht bedrängen, aber... Ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht ihr, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Das fand ich allerdings auch. Ab ins Schwarze. Benjamin Franklin haben wir getroffen. Interessant, interessant. Wir möchten. Schwert. Lame. Ich will das andere System. Ah. Hat der nicht mehr? Nö, hat nicht mehr. Normales Schwert habe ich schon. Wille. Ich kann es mir kaufen. So. Weiter. Sehr schön. Damit haben wir unsere erste Feuerwaffe erworben. Was können wir denn... Okay, wir können nur noch zu kaufen. Wo ist mein Schwert denn? Wo ist mein Schwert denn? Na toll. Ich habe kein Schwert. Ah, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Verdammt. Ich kann es nicht auswählen. Scheiße. B. B für Benjamin. Oder B für Boston. Hätten auch gleich A für Ausgang schreiben können. Oh. Zum Geschäftlichen. Ein Schwert und eine Pistole kaufen. Jetzt habe ich es verstanden. Wer lesen kann, ist klar, ein Vorteil. Also ich bin schon mal fest. Wie kann ich die Waffe wegstecken? So schon mal nicht. Okay, soweit geht's. Ist mir irgendwie klar, dass du die... Dass du die Körbe wegkommst. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentisch. Doch die Zimmer sind geräumig. Und man stellt uns keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Burge sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Augen und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Was will der Hund da? Hoffentlich kann man den Hund umbringen. Ich mackele. Ah, endlich. Pistole ist 1, Schwert ist 3, Faust ist 4. Soweit es sei. Minimabs finde ich jetzt auch etwas neu, oder? Ah, gut. Das ist gleich geblieben. Soweit, so fein. Und man darf immer noch nicht auf Dächeln. Ich werde einfach mal nicht jetzt schon irgendwelche Konflikte anfangen. Du lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht umgelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Schmagt nicht, die Frau nicht. Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja. Natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Also solange sie ihre Klappe hält, das sieht sie gar nicht schlecht aus. Naja. Zumindest muss ich nicht kotzen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. So, William Johnson. Oh, ja. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Pommes Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sag mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Sir? Wir brechen. Natürlich. Natürlich tun wir das. Und ich kann in Gebäuden hier... Und ich kann in Gebäuden auch nicht Waffe wechseln. Also Gebäude sind Friedenszone. Alles klar. Schade eigentlich. Alles klar. Er hat von Anfang an die zwei. Nein, ich hab gern die hier. Mittlere Maus, das ist dabei auch nicht. Machen wir die Probe aufs Exempel? Verarsch mich, du dummer Hund. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Hayden Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Überlege, wie ich die Alomben klein kriege. Ich hab eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck, beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Infiltration also. Kuh drücken, um zu schießen. Geht in Position. Aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Die kann ich plündern. Mit E. Was habe ich bekommen? Ich muss meine Waffe aufheben. Ich liebe es. Ah. Wollte ich die Waffe da fahren? Wollte ich die Waffe hier fahren? Oh Gott. Äh. Was ist das? Verstärkung! Erschiebt die Behandlung! Erschiebt die Behandlung! Die Ersatzmuskel! Systemig Handlasen! Ich müsste gerne den wirklich kontert! Oh, das ist doch... Wenn ich mir das mal irgendjemand die Tüte haben zeige. Oh! Halt! Steuerung! Yeah! Falsch! Wong! Go! Wong! Wong! Dann sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los! Schieß drauf! Mhm, ist klar! Die Vorstellung geht weiter! Die waren wohl doch nicht so sicher da drin! Am Anfang bringt's Plündern übel! Finde ich! Wie man jetzt schon sehen kann! Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben! Ja, Meister! 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 Das selbe Angebot mache ich euch! Von euch will ich nichts. им